Hallo und herzlich willkommen hier im Haus Bolle in Marzang. Das Haus Bolle hilft Kindern, die nicht in der Bundesliga oder Champions League des Lebens mitspielen dürfen. Der Neubau steht und der Allbau wird saniert und was noch fehlt, ist ein geiler Sportplatz für die Kids. Und darum bitte ich euch, unterstützt die Kinder und helft uns, dass sie im weiteren Leben sehr viel Spaß haben.